Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine haben Schweden und Finnland einen Beitrittsantrag bei der NATO gestellt. Das Militärbündnis will die beiden nordischen Länder nun schnell aufnehmen. Damit soll die heikle Übergangszeit zwischen Bewerbung und offizieller Aufnahme verkürzt werden. Zunächst müssen die bisherigen Mitglieder einstimmig eine förmliche Einladung aussprechen, um die Beitrittsverhandlungen in Gang zu setzen. Eingeladen werden können nur Länder, die sich an demokratische Prinzipien halten. Anschließend muss der Beitritt von den Parlamenten aller 30 Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Das Verfahren dauert üblicherweise Monate, könnte diesmal aber verkürzt werden, wenn alle Länder mitspielen. Eine schnelle Aufnahme ist Schweden und Finnland wichtig, weil in der Übergangsphase Artikel 5 noch nicht greift. Er regelt die Beistandsgarantie im sogenannten Bündnisfall. Der NATO zufolge ist das Bündnis aber bereit, den beiden Staaten in der Zwischenphase Sicherheitsgarantien zu gewähren. Eine Blockade der Aufnahme ist theoretisch möglich, zum Beispiel durch die Türkei. Ankara drohte wiederholt mit einem Veto gegen die Norderweiterung, wird den Beitritt laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg aber nicht komplett blockieren.